Hallo Leute, willkommen zurück, ich bin's wie mal Jan und ja, ihr seht hier Titanfall und zwar die Beta und ja, ich habe nämlich die Beta-Key gekriegt, was mich, muss ich sagen, sehr, sehr freut, beziehungsweise ich habe sogar lustigerweise zwei bekommen, wo ich mich nur einmal registriert habe, wobei der eine Key für die Xbox One war und ja, den habe ich dann einfach ein Clan-Mitglied gegeben, weil ich habe keine, er hat eine, also wieso nicht, ne? Und ja, ich dachte mir, ich werde hier zumindest, mindestens ein Video zeigen und zwar dann am besten auch noch das erste von mir, also mein allererstes Game und ja, hier bin ich und da würde ich einfach mal sagen, Play Beta machen wir. Und wir machen das, weil das, so wie es anhört, einfach normales Team Deathmatches. Und äh, oh, wir connecten gleich, ist doch nice. Äh, wie gesagt, ist mein erstes Game, ich habe keine Ahnung, wie ich, was ich machen muss, also klar, Steuerung und so, ich habe halt Tutorial gespielt, aber sonst, keine Ahnung und muss man mal gucken, wie es wird, ne? Und ja, ich sage gerade ziemlich oft und. Aber wird schon passen, also ich weiß noch nicht, wann ich es hochladen werde, ob das, äh, ob ich das halt nochmal extra hochladen werde, an einem Extratag oder halt dafür was anders ausfallen lasse, wobei es sein könnte, dass ich das sogar vielleicht dann was ausfallen lasse. Ich weiß, tut mir leid, aber, äh, ja, weil ich habe jetzt schon wieder vergessen, was heißt vergessen, ich hatte keine Zeit für Naruto, um mal, äh, Naruto aufzunehmen und dann könnte, würde sich das halt hier gut, dafür als Ersatz eigentlich, nehmen, lassen, tun. Ja, gut, ich hoffe mal, der lädt die Map mal ein bisschen schneller, ich möchte spielen und ihr möchtet sehen, hoffe ich, denke ich, keine Ahnung und außerdem, äh, wie das Video dann nur noch länger. Ha, gut, ich weiß ja nicht, wie lange es jetzt schon läuft, das Match, weil wir anscheinend mit ihm reingejoint sind, aber trotzdem. So, komm, das lädt nicht mehr, also müsste ich, ja doch, es hängt gerade beim Laden, aber ich müsste doch dann jetzt recht joinen, oder? Okay, jetzt lädt es weiter, ich kriege immer weniger Frames, das heißt aber, denke ich mal, dass es dann rechtfertig geladen ist, hoffe ich jetzt mal. Oder? Oder auch nicht? Oder auch doch? Ich weiß nicht, vielleicht wird das hier jetzt, was ich sage, in Zeitraffer sein, dass ich halt die Ladezeit ja einfach überspringe, aber ich weiß es noch nicht, muss man mal gucken. So, gut, wir nehmen Rifleman und, äh, wir nehmen Assault. So, boah, der Licht, das Licht, ey, das ist schlimm. Okay, dann gucken wir mal. Äh, wie gesagt, allererstes Game einfach, damit ihr das direkt mit euch teilen kann. Und ich hab, ja, muss das halt, okay, das war, ne, das war gar nicht verbündeter. Los, ja, nice kill. Boah, gut, ich dachte schon, das wäre ein, äh, Gegner. Das sieht auf jeden Fall richtig geil aus und auch die Steuerung, die ist irgendwie cool. Die ist auch ein kleines bisschen, was heißt jetzt nicht direkt gewöhnungsbedürftig, ich hab so ein bisschen, naja, schwammig nicht direkt, aber so, ich denk mal, hier wäre jetzt auch ein bisschen sehen, wie ich es meine. So, nice, nächster Kill. Läuft doch schon mal, oh, der gehört zu mir. Läuft doch gerade schon mal nicht so schlecht. Äh, gut, ist da oben Gegner oder was ist da, dieser große rote Punkt, wäre wahrscheinlich Titan sein, oder? Nicht mal so echt Gegner. Nice, wieder ein. Gut. Nein. Alter. Uh, da wäre ich fast gestorben. Das war knapp, das war knapp. So. Oh, was auch gut ist. Uh, ich hab das was weg, ja, fail gemacht. Gut, dass der dann automatisch nach da irgendwie fliegt. So, gut, dann kämpfen wir mit dem Titan. So, gut, äh, so, zack, kamen wir einen, schön. Das sind meine Verbündeten. Äh, so, ein Gegner, ich gehöre zu dir. Dude. Gut, wo sind die Gegner, da ist einer. Schön, da ist noch einer. Da sind mehrere. Oh, hab ich gerade, ich glaube, ich hab gerade ein paar gekillt. Nice. Oh, das ist so geil. Das Gute ist, ich hab jetzt seit ein paar Tagen meine neue Grafikkarte und das heißt, ich kann das Spiel halt in voller Grafik gespielen. Was ich halt auch niemals geil finde und, ja, das freut mich. Aber, ich gucke gerade, es könnte sein, dass das Video bei euch ein bisschen leckt. Wenn das so ist, tut es mir leid, aber ich weiß nicht, warum das sieht, weil ich hab hier 60 Frames, so das Video leckt, dann ist irgendwie komisch. Aber könnte halt sein, weil es mir halt hier so angezeigt. Deswegen. So. Zack. Ey, warum wurde das ich zurückgespeitert? Nein. Okay, aufpassen. So, jetzt aber. Jetzt sind wir alle fertig. Loy. Bam. Go, go. Ich mach's dann fertig. Nice. Doom Titan. Nice, nice. Okay, das Video soll angeblich... Oh, der gehört zu mir, okay. Nur mit, äh, 20 Frames teilweise, weil ich laufen. Wie gesagt, wenn es so ist, tut es mir leid, woran es liegt. Ich hab keine Ahnung, weil bei mir läuft es mit 60 Frames das Spiel. Aber... So, schnell, alle. Okay, wir haben schon gewonnen. Nice. Äh. So, zack. Oh, lol. Oh, ich hab sogar Eject noch gemacht. Äh, nice. Aber ich hab da eh schon gewonnen. Ist schon dort. Gehst du denn jetzt gleich erst vorbei, oder wie? Oder spackt das grad rum, oder? Achso, Don't let the enemies escape. Okay, okay, jetzt muss ich mich hier noch alle töten. Äh, okay, ich hab gleich keine... Doch, klar, man hat gleich immer ne Anti-Titan-Waffe. So, zack. Einer. Und noch ein Schuss, komm. Und, zack. Jetzt soll er kaputt sein, oder? Ja, du, Titan. Nice. Da haben wir ein... Da haben wir ein... Wo sind noch welche? Da. Die heißen alle Spectre. Also, irgendwie hab ich das Gefühl, als wären das gar keine echten Spieler. Muss ich grad ehrlich sagen, weil die heißen halt alle so. Ich denke mal, das wären Bots sein, oder? Kommt mir nämlich irgendwie so vor. Ist ja auch ein bisschen einfach. Ne, doch nicht die heißen. Haben richtige Namen, okay. Wie viel hab ich denn? Pilot Kills 2. Attrition Points. Titan Kills 2. Minion Kills. Achso. Das sind... Das heißt, es gibt... Das sind dann wahrscheinlich so ähnlich wie Bots sind das dann. Äh... Und es gibt dann halt Bots und richtige Spieler. Okay. Da hab ich nicht zehn richtig... Äh... Bots gekillt und zwei richtige Spieler. Aber egal. Trotzdem war ich ganz gut. Jut, jut. Äh... No available in preset loadouts. Okay. Ja. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist doof. Das ist halt... Ich bin mitten in die Runde gekommen. Ich hab keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon aufgenommen hab. Und... Ah... Das ist doof. Aber sonst wäre das Video zu lang. Also... Ich... Ich beende das Video jetzt hier. Und ja, wenn... Ich denke, es wird ziemlich kurz sein. Tut mir dann leid. Aber ich denke, es werden auf jeden Fall noch mehr Videos kommen. Also wenn ich da keinen Stress kriege. Aber ich denke mal, es wird nicht passieren. Äh... Hoffe ich zumindest. Wenn doch, dann muss ich das Video leider wieder löschen. Aber es wird schon irgendwie klappen. Und ja, wie gesagt. Ich denke, es werden noch mehr Videos kommen. Und die werden dann hoffentlich länger sein. Und äh... Weil da... Jetzt hab ich ja auch direkt ein Game gesucht. Da werd ich dann direkt ein Game sein und starten. Dann werd ich halt vor allem vor allem an spielen. Und... Ja... Mir macht es auf jeden Fall jetzt richtig fern. Also das war... Das hat richtig Spaß gemacht. Und... Ja, gut. Das ist mir ne Bewertung da. Wie euch der... Das erste Video hier von Titanfall gefallen hat. Und ja, wie gesagt. Von mir wird sehr wahrscheinlich noch mehr kommen. Und ja. Ich hoffe mal. Das wird dann wie gesagt jetzt im Video nicht zu sehr längen. Naja. Wir werden mal nachher sehen. Gut. Äh... Ja. Ich sag's wie immer. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann Tack. Tschüss. Vielen Dank.